In Zukunft, so das visionäre Ziel von Audi, stellt das Fahrzeug per UMTS eine Verbindung zu den speziellen freien Parkhäusern her. Per Navigation wird der Fahrer dorthin geleitet. Per WLAN kommuniziert er dort seine Wünsche, verlässt sein Auto und schließt ab. Ebenfalls per WLAN wird der Auftrag an das Managementsystem des Parkhauses kommuniziert. Dieses gibt im Austausch eine Karte mit einer Trajektorie der konkreten Route zum Ziel an das Fahrzeug zurück. Mit Hilfe von zwölf Ultraschallsensoren und im Parkhaus installierten Laserscannern wird das Auto zu seinem Platz geleitet. Eine wichtige Rolle spielt dabei Odometrie, also die Eigenbewegungsschätzung des Autos. Die Bahnfolgeregelung sorgt dafür, dass das Fahrzeug der vom Parkhaus kommunizierten Bahn folgt und arbeitet dabei kollisionsvermeidend. Der Auftrag Aufladen der Batterie erfolgt automatisch per Induktion. Will der Fahrer sein Auto zurück, fordert er es per UMTS über sein Smartphone an. Dabei kontrolliert er gleichzeitig den Auftragsstatus und kann drahtlos bezahlen. An der Ausfahrt des Parkhauses erwartet der Fahrer sein Auto und wird wieder selbst zum Piloten. Dauerste Anfahrt des Parkhauses erwähnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017